Grüne Augen, Girl, lange schwarze Haare, du bist der Typ, Girl, der mich verführt, Girl. Du hast den Style heraus, du bist die einzige Frau für mich, die in Frage kommt, ich hoffe, Girl, das weißt du auch. Du bist meine Frau, das, was ich brauch, mein Ein und Alles. Ich will bei dir bleiben und dir sagen, ich liebe dich. Das letzte Mal gestritten mit meiner Mutter, weil sie nicht ganz damit einverstanden war, dass ich die Schule nicht weitermachen möchte nach dem Sommer. Sie hat gesagt, entweder ich mache eine Ausbildung, ich mache die Schule weiter oder ich soll woanders wohnen. Ich bin ein guter Freund. Und worüber? Über Geld. Mit meiner Schwester. Mein T-Shirt. Ich bin jetzt eine Freundin von mir, aber mit der bin ich jetzt eine Freundin dadurch. Okay, und warum warst du nicht? Weil sie falsche Sachen über mich erzählt hat. Es ging darum, dass sie zu meinem Freund geschrieben hat, dass sie sich gerne mit ihm treffen würde und sich halt mit ihm küssen will, obwohl es meine beste Freundin gewesen ist. Boah. Ja, das könnte schon mit meinem Freund gewesen sein. Okay, worum ging es denn? Es ging darum, dass ich feiern gehen wollte, mal mit meinen Freunden und frohle ich mich. Ja, mit meinem Bruder. Und es ging um ein Fußballspiel an der Playstation. Und ja, haben wir öfters Schreitereien da. Äh, mit meiner Mutter. Warum? Ich glaube, es ging um eine Kleinigkeit, wie Sachen wegräumen oder sowas. Ich habe mich mit meinen Eltern das letzte Mal richtig heftig gestritten. Darf ich fragen, worum es ging? Äh, ich glaube, es ging also so um ganz alltägliche Sachen, so Zimmer aufräumen und so. Ich bin jemand aus meiner Klasse. Es ging halt darum, dass ich noch Geld zurückbekomme. Und dann meinte der halt, dass er zurzeit kein Geld hat. Und dann meinte ich, er hat mir aber versprochen, dass ich Kriege. Und ja, aber dann haben wir das nachher auch wieder geklärt. Aber habt ihr euch wieder verbreitet? Ähm, nein, Papa. Und warum? Wenn man fragen darf? Weil er sich nicht mit mir treffen wollte. Boah, mit meiner Ex. Keine Ahnung, wo war der Film. Weil ich mich nicht gemeldet habe. Okay. Habt ihr euch schon jetzt wieder vertragen? Nö. Nö. Nö? Nö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020